Sie haben schon richtig gewählt. Herzlich willkommen bei Ihrem Poolpartner in Graz. Wir freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen und melden uns in Kürze. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Einen Augenblick noch. Wir sind derzeit auf allen Leitungen mit Kundenanliegen beschäftigt. Wir bitten noch um ein wenig Geduld und freuen uns gleich mit Ihnen sprechen zu können. Wir bitten noch um ein wenig Geduld. Wir bitten noch um ein wenig Geduld. Wir bitten noch um ein wenig Geduld.